Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer 17. Sendung von Immobilien-TV. Weihnachtszeit. An was denken wir in diesen Momenten an Lebkuchen, Weihnachtsbäume und Schnee? Schauen Sie, liebe Zuschauer, man wünscht es sich und schon kann es möglich werden. Jedenfalls hier, bei uns. Und am schönsten wäre es mit der Familie oder Freunden vorm Kamin. Im eigenen Zuhause. Nun haben wir schon wieder Dezember. Wie schnell doch ein Jahr vergeht. Vor Ihnen und uns liegen hoffentlich besinnliche Feiertage und der Jahreswechsel. Wer in diesem Jahr sein Haus oder Grundstück nicht erfolgreich verkaufen konnte, bei uns oder woanders, dem gelingt es bestimmt im kommenden Jahr und hoffentlich doch mit der Hilfe von Bachmann Immobilien. Wir sind bereit für diese Aufgabe und werden weiterhin alles daran setzen, einen passenden Käufer oder Mieter zu finden. Das Gleiche gilt natürlich auch für all diejenigen, deren Traum es ist, ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück zu erwerben. Das Bachmann Immobilien-Team steht Ihnen zur Seite. Jetzt aber möchte ich Ihnen, auch im Namen meines gesamten Teams, ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Und alles, alles Gute für das neue Jahr. Damit auch wir für das kommende Jahr wieder Kraft tanken können, erlauben wir uns, vom 22. Dezember bis zum 4. Januar 2010 Betriebsferien zu machen. Per Mail oder über unsere Hotline können Sie uns jedoch auch in dieser Zeit Nachrichten hinterlassen. Wünschen Sie in diesem Zeitraum einen Besichtigungstermin oder möchten Sie eine Immobilie verkaufen oder vermieten, so werden wir dies nach unseren Möglichkeiten selbstverständlich für Sie realisieren. Die nächste Immobilien-TV-Sendung wird Ende Januar ausgestrahlt mit einem Jahresrückblick, mit Markteinschätzung von 2009 für unser Tätigkeitsgebiet in der Region Berlin und Brandenburg. Sie sollten diese Sendung nicht verpassen. Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Angehörigen verabschiede ich mich für dieses Jahr. Ihr Uwe G. Bachmann Danke für Ihr Vertrauen. Ich komme auf die Hand und bitte gut. Das ist sicher. Schonام meine ich. Wir wollen this new Zeitraum. Bognier